Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzwald Camper. Ein kleines Camper Update, mal was anderes auf diesem Video. Nicht nur mal ein Messe-Update, sondern auch mal ein Camper-Update. Ich glaube wir haben interessante Themen, also ich für euch. Und vielleicht wird Stefan mit dabei sein, das entscheide ich im Laufe des Videos. Ein absolutes Aufregethema, zumindest wenn man Facebook glaubt. Okay, und damit sollte man das nicht mehr glauben und wir können das Thema abschließen. Nein, es ist trotzdem interessant. Neue LKW-Maut ab 3,5 Tonnen. Und jetzt wissen wir, es gibt viele Wohnmobile, die haben ja auch mehr als 3,5 Tonnen. Bin ich jetzt davon betroffen, ja oder nein? Und das Video wollte ich schon seit so zwei, drei Wochen aufnehmen und dachte, na wäre wichtig. Ganz toll ist natürlich, der ADAC hat jetzt ganz brandneu einen Artikel dazu rausgebracht. Der ist auch unten in der Videobeschreibung. Der sagt für euch eigentlich ganz deutlich, Wohnmobile bleiben mautfrei. Und wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Campingfahrzeuge könnte betroffen sein. Wieso? Weil einfach das eine Wohneinheit ist. Da sind viele Sachen mit dabei, also definitiv ist das so, dass man sagen kann, ihr braucht keine Angst haben. Also ihr müsst jetzt nicht wieder runterlasten. Nein, ihr könnt beibleiben, ihr müsst es nicht machen, weil an sich euer Fahrzeug wird ja privat genutzt. Wenn ihr das gewerblich nutzt und eigentlich Güter auch transportiert, dann könnte das wieder ein bisschen was anderes sein. Deshalb empfehlen wir euch, guckt auf jeden Fall unbedingt mal in diesen Artikeln. Es ist sehr, sehr interessant, das zu machen. Der ADAC empfiehlt, theoretisch man kann sich bei dieser Maut Collect trotzdem registrieren. Und das muss man so alle zwei Jahre machen. Dann ist man auf der sicheren Seite, weil natürlich könnte es passieren, dass bei Kontrollen ab 2024 entsprechend geprüft wird und sagt, naja, sie müssen aber Maut bezahlen. Und dieses Hin und Her und da muss man das beweisen, da gibt es halt die Möglichkeit, dass man einfach sagt, man registriert sich vorher. Wie gesagt, demnächst ist es dann soweit ab Juli 2024 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Maut. Und Wohnmobile zu, ich sag mal, 99 Prozent nicht betroffen. Endlich würden die meisten Leute sagen, die ein Peugeot oder ein Citroën in der Wohnmobilausstattung haben, also ein Boxer oder ein Jumper, endlich gibt es eine Automatik. Ich weiß nur, Anfang des Jahres waren wir auf der O in Hamburg, also die Reise- und Freizeitwelten, wie sie zukünftig heißen werden. Da hat uns einer angesprochen bei Bravia und dachte, ja, gibt es da was. Es wurde auch gemunkelt und jetzt tatsächlich passiert es, ab 2024 gibt es für Fiat Ducato, Citroën, Jumper und Peugeot Boxer und der Opel Movano, so heißt er, eine Achtgang-Automatik. Fiat verabschiedet sich von einer Neugang-Automatik. Da lassen wir uns mal überraschen, wieso das schon wieder der Fall ist. Ich habe ja gehört, ZF beliefert auch momentan Fiat nicht, da gibt es auch Herausforderungen. Auf jeden Fall ist das so, dass bei den neuen Transportern ab 2024 endlich eine Achtgang-Automatik ist. Das heißt, viele Citroën und Peugeot-Leute haben das ja gewünscht, was auch noch neu ist. Und das wurde wirklich Zeit, weil damit hat sich Fiat kein, also nicht mit Ruhm bekleckert, ist natürlich der E-Ducato. Der könnte vielleicht für die nächsten Jahre interessant werden, denn es gibt die Schnellladefunktion. Bis jetzt war das immer so, der Fiat, jippie, wenn da die Batterie leer ist, nur einen ganz normalen Hausanschluss anschließen und warten und warten und warten, bis es aufgeladen ist. Das ändert sich jetzt, denn tatsächlich soll es so sein. Also A gibt es, also die zweite Generation hat eine 110 Kilowattstunden-Batterie auf einer Reichworte von 420 Kilometern. Das wäre ja schon mal schön. Und man soll halt wirklich schnell laden können, laut Stellantis, bis zu 55 Minuten. Dann ist der Wagen wieder voll. Das wäre ja prima. Und dann könnte es, wenn wir jetzt noch mit den Gewichten so hin und her denken, eine gute Alternative werden. Nächstes Thema ist die CMT 2024. Diesmal gibt es kein extra Messe-Update im Vorfeld, weil es ändert sich kaum etwas. Die Parksituationen sind klar. Auch weiterhin das Online-Buchen. Also im Vorfeld muss man buchen oder halt an Terminals vor Ort. Das wäre auch wieder möglich. Ändert sich nicht viel, außer natürlich, was die Ausstelle angeht, die Reise, also der Hauptpartner und, und, und. Deshalb empfehle ich euch ganz einfach, das Video vom letzten Jahr euch nochmal anzugucken, wenn ihr die Preise haben wollt oder halt auf den Link vom 31. bis zum 21. gibt es wieder die Urlaubsmesse. Wir hoffen, dass wir mit dabei sein können. Haben richtig Bock drauf, weil das ist schon eine coole, coole Veranstaltung, muss man sagen. Und wie gesagt, hier gibt es ein Frühbucher Spezial, sehe ich gerade berechtigt, zum einmaligen Zutritt an zwei billigen Tagen für 17 Euro. Also teuer ist es auch nicht. Also wenn ihr nach Stuttgart kommen wollt, empfehlen wir euch auf jeden Fall. Last but not least, kommt der Stefan mit ins Bild, denn es gibt eine kurze Sache zu berichten. Es gibt ja immer die Fragen, was ist mit unserem Fahrzeug. Wer dafür kein Interesse hat, der kann jetzt gerne abschalten. Aber sonst, wer immer wieder sich fragt, was ist jetzt der aktuelle Stand, den beantwortet euch Stefan jetzt. Ja, also aktuell ist es so, dass der Wagen natürlich läuft. Das ist ja erstmal alles soweit ganz gut. Aber wir haben natürlich immer noch Probleme, dass wir noch Kontrollleuchten haben, beziehungsweise eine Kontrollleuchte, die immer mal wieder angeht zwischendurch. Da sind wir noch auf der Findungsphase. Wir haben jetzt noch einen defekten Injektor auf jeden Fall entdeckt, der zu viel Ruß sozusagen produziert, beziehungsweise der Motor produziert dann zu viel Ruß. Und dass diese Leuchte davon angehen kann. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, ein bisschen Zeit vergehen lassen, ob es das jetzt gewesen ist. Ich hatte so einen Fall auch im Pössl-Forum mal gelesen, dass jemand auch diesen Fehler hatte. Ja, naja, gut. Wie man auch immer bei solchen Fehlern, die halt nicht so eindeutig sind, weil der Injektor hat nicht angesagt, dass er kaputt ist. Und das ist genau das Problem an der ganzen Geschichte. Da muss man halt erstmal auf die Suche gehen. Und im Moment sind wir noch weiter auf der Suche, würde ich sagen. Oder zumindest am Testen gerade. Ob der Dieselpartikelfilter sich jetzt selbst erholt, regeneriert oder halt nicht. Ja, und dann muss man halt weiter gucken. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir das jetzt bald dann geregelt haben, wenn wir jetzt ein paar Strecken gemacht haben, er ein paar Mal ordentlich regeneriert hat, dass das Thema dann durch ist. Wir halten euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Wir dürfen ihn eigentlich nicht Monty nennen, weil Monty gibt es schon. Liebe Grüße an Vera und Carsten. Auf die Hoffnung, dass euer Monty auch mal irgendwann ein Diensti wird. Also sprich im Dienst bleibt. Und ja, wir haben nicht großes vor. Mal gucken, ob es klappt. Denn wir wollen eigentlich, Spoiler, zu Weihnachten nach Norwegen. Genau, in Schnee. Mal gucken. Das ist unsere große Hoffnung. Aber da muss der Wagen funktionieren. Genau. Und wir streichen ihn, wir hegen ihn und wir pflegen ihn. So ist das. So, das waren die vier Themen in diesem Camper-Update. Vielleicht kommt das öfters mal. Wie hat euch das allgemein überhaupt gefallen? War das für euch interessant? Sagt, ach, lasst es sein. Ist auch für uns einfach mal interessant, weil warum sollten wir uns Arbeit machen, wenn ihr es gar nicht sehen wollt. In diesem Sinne, bleibt einfach gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzwaldcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.